Controller, wie damals auf Konsole, Pete. Abgesehen vom Spielerlebnis, dass du jetzt wohl PS hast. Ich finde die ein bisschen geringer, um echt zu sein. Es ist nämlich erstaunlich, dass du dann immer noch gut abgehst, du spielst mit Controller, das ist ziemlich heftig. Nicht, dass ich was davon merke, wenn wir kooperativ-heldenhaft Karriere-Zocker-Scherz, alles gut, Pete. Aber wir haben gestern die ersten paar Missionen gerockt. Loll! Was auch immer du gerade gemacht hast, hör auf damit! Wenn du nochmal den Boden elektrifizierst, komm ich rüber und gib dir Haschisch, Alter! Hä? Schnurzel? Jetzt ist aber gut hier. Alter, auf mit dem Scheiß! Ach, du Bastard! Snapsha! Ich muss da nicht rankommen, oder? Ich brauche hier eine Waffe endlich mal, womit ich dich kriege. Ich bin selber fertig hier, ich muss jetzt aufhören. Mann, du sollst aufhören, jetzt am schönsten. Ja, 70%? Oh, Scheiße, das ist aber so knapp, ey! Request confirmed! Request confirmed! 72%? Mann, ich weiß aber auch nicht, ich würde es ja abbrechen. Wenn ich, äh, weiß ob ich auch davon abhänge, ich meine, katsch mich an, hier, die ganzen Updates gehen mir auf den Grenzen. Oh, du musst dich nicht wahrnehmen, aber fertig. Du, sind da. Du kleiner Huchen Preller! Was ist denn da? Was ist denn? Mal lange mit dir. Super übernahm вониirland hat er in beiden- und Ja, ja. und viel